Hallihallo und herzlich willkommen zu Tell Me Why. So, wir sind dann mal auf dem Weg, genau, aus dem Weg raus. Schaußen gab aus den. Ende eines Kapitels. Bam! Tür geschlossen, nie wiedergekommen. Oh, ist das hübsch. Oh, ich bin ein Papier. Oh nein. Sie hat ihn wirklich weggeschmissen, wie gemein. Der war mega putzelig. Na, ich bin ein paar Jahre alt. Hi. First time we see each other in 10 years and it's hi Tyler. Oh, sorry. I it's fine. Allison. Los knallerdai. Gott, it's good to see you. Ja. Likewise. You have anything else you need to get? No, this is it. Meine letzten 10 Jahre in eine Brücke. Dann müssen wir gehen. Wir haben nur Zeit, um die Morgen zu machen. Oh, gut. Danke. Ein meiner Mentee hat es entwickelt. Es ist wirklich gut. Ja, er ist so unglaublich talentiert. Ich habe ein paar locales Koffe-Shops, um ihn zu schützen. Tyler Ronen, die die Lieders von morgen. Ja, wir verabschieden. Also, sind wir etwas über dieses Ort? Die Leute. No. Das war gemein. Einmal geschaut und weiter geht's. Oh, das ist so hübsch da. Komm, 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 komm. Wir fahren los zu unserem alten Haus. Und die Musik ist schon wieder so schön. Ähm. Ein Bär. Auf der Fähre. Wie gut. Ich bin ein Bär. Ich bin da drin gewesen. Ich bin da drin gewesen. Also, ich bin da drin. Oh. Ich bin da drin. Ich bin ja immer bereit. Das ist sehr schön. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Was? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Also hätte er in der Zeit wahrscheinlich mehr geschafft. Oh Gott, ist das schön. Ich springe. Was? Ist das schön. Ich krieg voll Gänsehaut. Also so schön, die beiden. Zusammen. Okay. Ist ein bisschen komisch jetzt mit der Steuerung. Ich glaube, das war beim letzten Mal. Also bei Life is Strange nicht so. Das stimmt allerdings. Äh. Äh. Uh. Spooky. Äh. Okay, ich glaube... Äh. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass... Ähm. Dass es auch noch kommen wird. Dass wir zu diesem Haus gehen. nicht. Kann ich mir ohne Hause? Ähm. Doch, dieser. Ich glaube schon. Hey, Juno hat viele Mountain Views. Es hat aber auch Leute und Spaß. Du denkst, dass du mein Rumi sein könnte? Ich denke schon. Hey, kann ich dir eine Frage stellen? Shoot. Ich habe gesagt... Ich meine... Nachdem du... Ich glaube... Du bist ein Mentor drei Jahre alt. Du hast immer alles Zeit in Fireweed. Mhm. Warum warst du da nicht bei mir? Tsch. Ja, da ist jemand traurig. Hatte die ganze Zeit die Möglichkeit zurückzukommen. So wie es ausschaut. Und hat es nicht getan. Ja? Ja. 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 Du musst nicht schrauben. Was ist es? Was ist es? Es ist ein Geschenk. Von Eddie. Oh. Oh. Ja. Ah. Ah. Für die Schwester. Ja. Genau das. Ja. Kein Bock. Schwierige Situation. Also hat sie bei dem Chief gelebt. Nein, der die Chips Tüten aufisst. Oh nein! Oh, wie hübsch. Erstmal auf die andere Seite wackeln. Wurde ich den Moment, wenn ich gesagt hätte, dass ich nach Hause gehe? Äh, ja, komplett. Entschuldigung. Geh zuerst und stopp, mich immer wieder zufrieden. Okay, Entschuldigung, danke. Es ist so witzig, wieder auf dem Boot zu sein. Du hast nicht in einer fehlenden Crash. Wie geht's? Ich würde mir hier gerne alles angucken. Okay, hier kann ich ansehen. Oh, das sieht schick aus. Mit den Häuserchen. Oh, da streitet sich wer. Denali-Expedition Alaskas... Kronio will entdecken. Red mir da nicht rein, Kumpel. Jetzt geöffnet. Do drop in bed and breakfast. Mh, 258 Barrel Street. Hargards Cove. Äh... Alaska. Das Haus bietet eine begehbare Kühlzelle und Platz für die Verarbeitung von Wild und Fleisch. Ae. Ae. Ae, das wollte ich gar nicht. Tlingit Tanz-Performance. Ich kann das nicht aussprechen. Ich gestehe. Ich kann es einfach nicht. Äh... Gagsv... I... Xai... Ist eine Tanzgruppe, die unsere Community Her... Äh... Community Herkunft und Tradition zelebriert. Wir laden euch ein, gemeinsam mit uns zu trommeln, zu singen und zu tanzen. Kommt und feiert mit uns unsere Kultur. Datum Montag, 16. November 2015, Uhrzeit 18 Uhr, Ort Dallas Crossing Community Theater. Öffentliche Veranstaltung, Eintritt frei. Und da ist sie. Winterball der... Ja. Fancy. Wait, war das Allison's High School? Ja, das war sie. Winterball der Gastingo High School. Unter dem Meer. 12. Dezember 2015, 19 bis 23 Uhr, Eintritt 10 Dollar, Dresscode, Abendgarderobe. Schützt unsere Heimat, wir haben keine andere. Gut so. Einführung, Igelkraft Wurzeltee herstellen. Unser Leben, äh, unsere Community, unser Kulturprogramm, gesponsert von der Huna Heritage Foundation. Heritage. 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 Foundation, äh, lerne wie du Igel Kraftwurz erntest und zu Tee verarbeitest. Ich hab keine Ahnung, was das zum Teufel ist. Jetzt anmelden in Dallas Crossing am Sonntag, den 19. Juni. Anmeldung bei R. Wilson unter blablablabla. Nur 20 Teilnehmer pro Kurs. Ich werd wohl kein Igel-Tee Kraft... Warte, Kraft-Tee, wie auch immer, machen. Biete 5 Meter Kanu. Oh je, wer braucht denn Kanu? Ich jetzt auf jeden Fall nicht. Stabiler und robuster Glasfaserrumpf. Heckspiegel für 5 PS, äh, Außenborder 500 Dollar. Keine... VB, keine Ahnung. Inklusive Paddel. Anruf oder SMS an blablablabla. Was passiert, wenn man da wohl anruft? Das würde... Wir sind fast da, nein! Hey, Allison, können wir den Scenicron nehmen? Ah, alles Familie! Ah, alles notion! Das ist los. Ich nehme mal an, dass das Wort, was ich nicht aussprechen kann, hier die Einwohner sind, also die Ich bin Alex, übrigens, Alex Gershwin, angeblich zu George Gershwin, ähm, Gershwin, der Pianist. Die Leute sind immer gefragt, ob ein Related, also ich versuche, um es auf den Weg zu gehen. Oh, äh, was würdest du sagen, Charming? Was für ein Wachstum, der Pianist. Let's go! Ärgerlich. Ich hätte gerne noch mit dem Typen geredet. Aber ich, ich bin eine Umguckmensch. Das ist gemein. Ich will dahin, es ist so wunderschön. Stille. Kritzelmännchen. Blum, 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 blum. Ja. Ich glaube, wir sind dann da. Oh, die beiden, ja, haben irgendwie ein Problem miteinander. Aber man muss bedenken, er war jetzt auch, ähm, ja, sehr lange weg. Und, ja, Jugendknast. Schwierig. Damit kann nicht jeder so gut umgehen. Vor allen Dingen, ja, in einer Kleinstadt, die Leute reden. Sie war alleine draußen. Er hat davon nichts mitgekriegt. Ja. Schwieriger Fall. Willkommen zu Hause, ihr beiden. Und mit dem Eintritt kommen die schlechten Erinnerungen. Nehme ich an. Wow. Sieht irgendwie putzig aus. Sieht irgendwie putzig aus. Oh. Oh. Oh oh. Da kommen die bösen Erinnerungen zurück. Äh, bin aber weg. Äh, bin aber weg. Oh, ein Sandkasten. Naja, ein Schneekasten. Hey, du kennst das? Komm schon, Tyler. Es ist hier frisch. Du bist richtig. Entschuldigung. Wir gehen rein. Ja, dann geh doch rein. Ich bleib hier. Ich guck mir hier erst alles an. Vergiss es, du Alte. Ich will rennen. Ich kann nicht rennen. Ich würde gerne rennen. Oh. Mach davon alleine. Keine. Okay, die wohnen halt direkt am Wasser, beziehungsweise in diesem Fall am Eis. Der Eistroll. Oh. Wie schön. Okay, hier können wir rein. Hier können wir auch rein. Also wahrscheinlich können wir nur irgendwo rein. Dann gucken wir doch erstmal hier. Ja. Die sind irgendwie gruselig. Ja, finde ich nämlich auch. Komm ich hier hoch? Nö. Wie die ihn einfach nur wegschubst. Boom. Einmal angerampelt. Aber ich will da rein. Okay. Ich komm da nicht rein. Okay. Ich komm da nicht rein. oder. Ich will da nicht. Ah, warum das ist. Ja, Werkzeug, ganz viel Werkzeug haben wir hier. Oh, kommt man hier nicht durch? Dass er voll danach raus ist, wenn man hier durchkommt. Los, büchelt euch, ich will hier rein. Okay, nö. Was haben wir hier? Ja, schlechte Erinnerung. Man verbindet die Sachen doch irgendwie damit. Ähm, Hilfe, ich häng fest. Ich hoffe, ich packe mich hier nicht fest. Ich weine dann, ich schwöre es dir. Beziehungsweise euch. Hier hinten kommen wir ja nicht runter. Aber hier ist doch ein Weg. Wir kommen wahrscheinlich nur von unten runter. Was macht die da? Prügel da drauf nie ein. Prügel da drauf nie ein. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Let's deal with that later. Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? And she always knew when we were lying. Waste not or kiss the planet goodbye. What'd you find? Our hidden treasure? Seriously? How do we think this stash is there? Goblins secrets are always well kept. Okay. Kann ich hier auch? Nein. Ich kann nicht, äh, runtergehen. Schöne kleine Bank. Gesundheit. Ähm, sehr gemütlich. Hier kommen wir auch nicht runter. Ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir dann ins Haus. Aber heute... Ja. Nein, du bist richtig. Doch. Du willst wirklich raus raus? Nein, du bist richtig. Aber, wie ich will. Es ist so wunderhübsch hier. Oh, die Vögel da. Wie toll. Gut. Dann gehen wir da halt nicht lang. Dann joggen wir halt zurück. Oh, warte mal. Wir gucken hier noch ein bisschen rum. Ich habe in diesen Spielen gelernt. Man sollte sich immer gut umgucken. Oh. The danger is part of the fun. Well, that's not. I wonder if there are still fish in the lake. Uncle Eddie taught us to fish here. Oh. Lieber das. You still fish? Nope. You? Every Sunday morning. Why? I could leave fireweed, of course. Hello? Totally. At first, it kind of made me crazy. And then, I started to really like it. It was relaxing. Really? Yeah, you know. The lake. The water. The sky. Me. Just a speck in the middle of it all. A speck with a speck? Always. Kleine Randinformationen. Oli hat früher auch geangelt. Ich auch. Also wir kennen das auch. Ich war auch schon Eisangeln, was übrigens sehr viel Spaß macht. Muss ich gestehen. I still can't believe I convinced you to climb that raggedy ash tree with me. Yeah. Not happening a second time. Oh come on. I was the one who fell out. And then I had to walk all the way to Delos crossing to get Tessa to drive you to the hospital. And bam bam. Ähm. Nein, wir reden nicht über die Mutter. Wir ignorieren die einfach mal ganz gut. Oh! No beavers. Too bad. A picture of him would have helped with the sail. Yeah. City people love cute furry animals. Yeah! Teeming with wildlife. But not the kind that eats the insulation. Come. Ja, Mann. Ich würde direkt das Haus kaufen. Okay. Hier findet man nichts mehr. Pling, pling. Nein! Dann öffnen wir es doch mal. Klappt nicht. Tja, bin ich gerade. Ja, das ist eine gute Sache, dass ich mich daran erinnern habe. Du bist sicher, das ist die richtige Klappe? Ja. Vielleicht jemanden verändert die Klappe. Wer würde die Klappe auf uns? Ich weiß nicht. Wir verabschieden. Du hast ein Plan B? Ja, wir finden einen Weg in. Ich wusste nie eine Klappe, die die Klappe kreieren können. Nett. Einfach mal das Schloss austauschen. Das ist das Problem. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir sie sind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kloppt nicht. Korrekt. Und wir wissen ja schon, wo wir den herkriegen. Probieren einfach hier nochmal. Nö, auch ein anderes Schloss. Wunderbar. Honigtau, wirklich? Und da kommen wir auch nicht rein. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Gut. Wir brauchen also den Schraubendreher. Wir können schon ein bisschen reingucken. Den Schraubendreher holen wir uns jetzt gleich. Oh, ist der Hüttel. Ja, da ist ein kleines Fenster da oben. Aber dann geht es erst beim nächsten Mal weiter. Wenn wir hier drin waren. Nein. Gehen natürlich mit euch da rein. Gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir kommen beim nächsten Mal ins Haus. Sonst weine ich jetzt schon. Döhm, döhm.